Das Thema, um das es heute geht, gibt es im Ukraine-Krieg eine Lösung. Das ist natürlich ein mächtiges Vorhaben für heute Abend, das sich Professor Ulrich Schmidt aufgehalst hat. Ich möchte zunächst einmal Herrn Professor Schmidt ganz, ganz herzlich danken. Wir haben ganz früh schon, ich glaube es war der 17. Dritte, eine Veranstaltung gemacht, Putins entgrenzter Krieg, glaube ich war damals der Titel, das war ja direkt, unmittelbar, also kurz nach dem Kriegsbeginn, nach dem Angriffskrieg der russischen Föderation in der Ukraine, als ganz, ganz viele Fragen noch offen waren. Der Krieg hat ja viele damals überrascht, obwohl es ja eindeutige Signale gegeben hat, war die politische internationale Einschätzung ja mindestens gespalten. Nicht sehr viele haben damit gerechnet, dass es wirklich zu so einer Situation kommt. Und auch der ganze Kriegsverlauf hat sich natürlich ganz anders entwickelt, als sich das Putin vorgestellt hat, hat sich auch anders entwickelt, als viele Beobachter aus dem Westen sich das vorgestellt haben. Und eigentlich sind fast alle Fragen, die damals schon für den Vortrag relevant waren, geblieben. Was ist die eigentliche Strategie von Putins, was ist das Kriegsziel, wie laufen die Entscheidungsprozesse in Russland tatsächlich ab, was bedeutet das für die Ukraine, was bedeutet das für die russische Zivilgesellschaft, wie entwickelt die sich zu diesem Krieg sozusagen, welche Bedeutung hat die Zivilgesellschaft dort, andersrum, wie hat sich die Gesellschaft in der Ukraine auf den Krieg eingestellt, welche Bedeutung, was dazugekommen ist jetzt aktuell, wie muss man die militärischen Erfolge jetzt auf der Ukraine einschätzen und natürlich die Fragen, die uns ganz zentral berühren, wie hat das jetzt unsere Gesellschaft verändert. Wir sind mit Rüstungsexporten gewaltig dabei, wir sind eigentlich Kriegspartei, egal wie man es hin und her wendet. Wir liefern Waffen in eine kriegerische Auseinandersetzung, wir überdenken momentan auch unsere Rüstungsexportpolitik, das waren alles Themen, die vorher in einer ganz anderen Richtung entschieden waren. Wir hatten eine Veranstaltung, die auch in diesem damaligen Zyklus war, mit Jürgen Kresslin, einer der renommiertesten Rüstungskritiker der Republik, der nach diesem Vortrag, wir mussten diesen Vortrag runternehmen, auf Wunsch des Referenten damals, weil es einfach so viele Anwürfe gegeben hat. Also da hat sich Dramatisches verändert. Die Bundeswehr und ihre Ausstattung, das war ein völlig anderes Thema. Auch die Einsatzgebiete waren eigentlich völlig anders orientiert und nicht wahnsinnig erfolgreich, wenn man sich an die Afghanistan-Situation erinnert. Aber jetzt 100 Milliarden gehen rein und es gibt so eine Art Rückbesinnung, wieder als die klassische Verteidigungseilme, wie man sie aus den Zeiten des Krankenkriegs kennt. Also Fragen über Fragen, aber das Versprechen steht hier an der Wand. Gibt es eine Lösung? Gibt es im Ukraine-Krieg eine Lösung? Und dieses wahnsinnige Vorhaben hat sich Professor Ulrich Schmidt heute auf die Fahnen geheftet. Sie sind Professor an der Universität St. Gallen für Kultur und Gesellschaft Russland. Sie sind auch der Vertreter für die Außenbeziehungen der Uni St. Gallen. Sie sind einer der Experten, der in der Schweiz immer in alle Talkshows eingeladen wird und für alle Interviews angefragt wird. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Letztes Mal war er zugeschaltet aus Singapur. Auch eine ziemlich verrückte Geschichte, die nur digital möglich war. Und heute ist er mit dem Fahrrad da. Jetzt nicht aus St. Gallen, aber von der Tagung hier in München aus zu uns raus, was mich auch schon nachhaltig beeindruckt hat. Ganz, ganz herzlich willkommen heute Abend hier in Ispanik, Professor Ulrich Schmidt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich spreche zum Thema. Gibt es im Ukraine-Krieg eine Lösung? Die Antwort lautet Nein. Einen schönen Abend noch. Jetzt möchten Sie natürlich wissen, warum Nein? Warum gibt es keine Lösung? Ich habe Ihnen zum Auftakt ein paar Fotos mitgebracht, die Sie alle kennen, aus Mariupol. So sah es vorher und nach dem russischen Angriff in Mariupol aus. Eine zweite Straßenansicht hier und eine dritte Ansicht hier. Wir haben alle diese Bilder gesehen. Wir sind alle schockiert. Und ich glaube, es besteht Klärungsbedarf. Was ist in der Ukraine los? Und ich möchte mich dem Thema in zwei Schritten eigentlich nähern und am Schluss dann auch einen Ausblick geben. Meine erste Frage lautet, wie viele Kriege sehen wir überhaupt? Und meine Antwort ist, wir sehen mindestens vier Kriege. Dann frage ich, wie viele Ukrainen gibt es? Ist es eine, ist es zwei, ein Westen und ein Osten? Oder sind es 22 Ukrainen? So viele administrative Gebiete gibt es in der Ukraine? Und am Schluss möchte ich noch über die Frage sprechen, wie geht es weiter? Und eben, wie ich schon gesagt habe, eine Lösung, zumindest eine schnelle Lösung, sehe ich nicht. Also, die Frage, wie viele Kriege gibt es überhaupt in der Ukraine? Der erste Krieg, den ich sehe, ist Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Das ist die Attacke vom 24. Februar. Und wir alle ringen noch darum, ein Verständnis zu finden für diesen irrwitzigen, sinnlosen und blutigen Krieg. Zuerst müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wann hat denn dieser Krieg eigentlich begonnen? Und ich denke, eine der frühesten Manifestationen war die berühmte Rede von Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007. Das war drei Jahre nach dem NATO-Beitritt der baltischen Staaten. Und Putin hat damals gesagt, jetzt ist für uns eine rote Linie überschritten. Bisher haben wir versucht, Partner zu sein mit den europäischen Staaten. Ihr habt nicht auf uns gehört und wir sehen jetzt auch keinen Grund mehr, auf euch zu hören. Also damals gab es zum ersten Mal eben eine sehr aggressive Kampfansage von Putin an den Westen. Was sind die Ereignisse aus russischer Sicht, die dieses Verhältnis zu Westeuropa nachhaltig gestört haben? Die Unabhängigkeit des Kosovo 2008 ist etwas, was immer wieder zitiert wird von Putin und auch aus dem engsten Führungszirkel, aus dem Kreml. 2008, Sie erinnern sich, hat der Westen die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt. Russland versteht sich traditionell als Schutzmacht Serbiens und hat sehr dagegen protestiert. Und als 2014 die Krim annektiert wurde, war das Argument auf russischer Seite immer, wenn die Bevölkerung von Kosovo in einem Referendum über ihre eigene Unabhängigkeit abstimmen kann und das auch von der Weltgemeinschaft anerkannt wird. Weshalb soll das die Bevölkerung auf der Krim nicht können? 2008 war auch ein wichtiges Datum, wenn es um das Verhältnis zwischen Russland und der NATO ging. 2008 gab es einen wichtigen NATO-Gipfel in Bukarest, der wurde abgehalten im sogenannten Volkspalast in Bukarest. Das ist dieser berüchtigte Palast, den der Diktator Ceausescu noch aufbauen ließ. Er hat ein ganzes Stadtviertel von Bukarest dafür schleifen lassen. Und 2008 fand hier ein wichtiger NATO-Gipfel statt, auf dem die Frage erörtert wurde, soll die Ukraine und soll Georgien NATO-Mitglied sein? Es gab dann ein intensives Ringen hinter den Kulissen. Die Positionen waren einerseits, die Amerikaner hatten gesagt, ja, wir sollten Ukraine und Georgien aufnehmen, und zwar so schnell wie möglich. Deutschland und Frankreich waren sehr viel zögerlicher, vor allem eben aus Rücksicht auf Russlands Sicherheitsinteressen. Und der NATO-Gipfel Bukarest hat geendet mit der fatalen Formulierung, die Ukraine und Georgien werden NATO-Mitglieder sein, ohne einen Zeithorizont zu nennen. Und das hat dann natürlich alle Alarmglocken losgehen lassen im Kreml und man hat gewusst, jetzt müssen wir agieren, wenn die Ukraine und Georgien nicht NATO-Mitglieder werden sollen. Und wir alle kennen den Augustkrieg 2008 in Georgien und wir wissen, was 2014 passiert ist. Dann, eben, ich bin immer noch daran, die letzten Jahrzehnte aus Moskauer Sicht darzustellen, kam es zum Euromaidan 2014. Ausgelöst wurde der durch einen EU-Gipfel in Vilnius, auf dem der damalige ukrainische Präsident Janukowitsch ein EU-Assoziierungsabkommen unterzeichnen sollte. Und noch auf dem Gipfel ging die EU-Spitze davon aus, dass Janukowitsch unterschreiben würde. In den Wochen davor wurde aber Janukowitsch massiv unter Druck gesetzt von Putin. Und er hat sich damals geweigert, dieses EU-Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen. Und darauf sind die Leute in Kiew und vielen anderen Städten auf die Straße gegangen und haben bei eisigen Temperaturen monatelang ausgeharrt. Aus russischer Sicht ist das hier eine CIA-Operation, die eben darauf ausgerichtet ist, die Ukraine aus dem Einflussbereich des Kremls herauszulösen. Dann gibt es für diesen Krieg auch ideologische Gründe. Hier sehen Sie ein Denkmal für den Kiewer Fürsten Wladimir in Moskau. Der Kiewer Fürst Wladimir lebte im 10. Jahrhundert und war eigentlich der Lenker des ersten ostslawischen Staatsgebildes in Kiew. Aus russischer Sicht ist dieser Kiewer Rus, dieses erste ostslawische Staatsgebilde, deswegen unverzichtbar, weil eines der zentralen Kredos des Kremls darin besteht, dass Russland über eine tausendjährige Staatlichkeit verfügt. Und diese tausendjährige Staatlichkeit ist leider nicht zu haben ohne den Kiewer Fürsten Wladimir und ohne die Kiewer Rus. Und deswegen hat man 2016 dieses übergroße Denkmal in Moskau errichtet. Sie sehen im Vordergrund Putin, der dieses Denkmal einweiht. Das ist also für ihn Chefsache. Im Hintergrund sehen Sie den Kreml, also dieses Denkmal ist direkt im Zentrum von Moskau. Und Sie sehen mit der weißen Haube den Patriarch Kyrill, der sich ja auf sehr skandalöse und prekäre Weise jetzt hinter die russische Aggression in der Ukraine gestellt hat. Denkwürdig ist dieses Denkmal deswegen, eben weil Fürst Wladimir eigentlich nie in Moskau war und auch nie in Moskau sein konnte, aus dem einfachen Grund, weil es im 10. Jahrhundert Moskau noch überhaupt nicht gab. Gibt es ein Muster hinter dem russischen Vorgehen gegen die Ukraine? Und ich glaube, man kann sich das vielleicht am besten deutlich machen, wenn man mal die wichtigsten post-sovjetischen Staaten anschaut, die an die russische Föderation angrenzen. Also Sie sehen hier Moldawien, eine ehemalige Sowjetrepublik und der kleine rote Streifen, den Sie im Osten Moldawiens sehen, das ist Transnistrien, ein de facto Staat, der wirtschaftlich komplett am Tropf von Moskau hängt, seit 1992 von der russischen Armee kontrolliert wird. Und weshalb macht Russland das? Aus dem einfachen Grund, weil das Worst-Case-Szenario für Moldawien aus russischer Sicht in einer Wiedervereinigung Moldawiens mit Rumänien besteht. Und man möchte natürlich nicht, dass Moldawien NATO oder EU-Mitglied wird. Sie haben alle mitbekommen, dass im Windschatten des ukrainischen EU-Aufnahmegesuchs auch Moldawien ein solches Aufnahmegesuch gestellt hat. Und die EU-Kommission hat ja empfohlen, in diesem Sommer Beitrittsverhandlungen sowohl mit der Ukraine als auch mit Moldawien aufzunehmen. Dann haben wir hier Georgien. Ich habe das schon erwähnt. Das ist der Schauplatz des sogenannten August-Konflikts 2008. Die beiden roten Flecken, die Sie da sehen, sind einerseits Abkhazien im Westen Georgiens und im Norden Georgiens ist das Süd-Ossetien. Das sind de facto heute russische Militärrektorate. Diese beiden Staaten sind, oder Süd-Ossetien und Abkhazien, sind ebenfalls komplett abhängig von Moskau. Moskau hat auch begonnen, dort russische Pässe auszuteilen. Und dann haben wir den Fall der Ukraine. Rot eingefärbt sind hier der gesamte Donbass plus die Krim. Und 2014 hat Putin ja als Reaktion auf den Euromaidan und die Flucht von Präsident Janukowitsch einerseits die Krim handstreichartig annektiert und andererseits eine verdeckte militärische Operation gestartet im Osten der Ukraine, in den Gebieten Donetsk und Luhansk. Und seit dem 24. Februar haben wir einen vollen Angriffskrieg, den wir in der Ukraine beobachten müssen. Das ist also der erste Krieg, den wir beobachten können. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine mit seiner eigenen Vorgeschichte. Dann der zweite Krieg, den ich sehe, ist Russlands Übernahme der Belarus. Und über all den schrecklichen Bildern, die wir aus der Ukraine sehen, haben wir diese Bilder ganz vergessen. Das ist nicht lange her. Das ist im Sommer 2020, Sie erinnern sich. Es gab diese gefälschten Präsidentschaftswahlen in Belarus. Und die Menschen sind zu Tausenden auf die Straße gegangen. Nicht nur in Minsk, sondern auch in anderen bielorussischen Städten. Weil viele von ihnen für die alternative Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tikhanovskaya gewählt hatten. Und Lukaschenko hat sich aber mit einem fantastischen Wahlresultat als Präsident ausrufen und bestätigen lassen. Mittlerweile sind alle diese Proteste und Demonstrationen verschwunden. Es gibt keine Proteste mehr in Belarus. Nicht, weil die Leute das Wahlresultat, das Gefälschte anerkennen würden, sondern weil es massive Repressionen gegeben hat. Sie erinnern sich auch an die spektakuläre Flugzeuglandung der Ryanair im Januar 2021, als Lukaschenko ein Flugzeug der Ryanair zur Landung zwang mit einem bielorussischen Oppositionellen an Bord. Allerdings ist die Repression in Belarus nur sehr bedingt erfolgreich. Lukaschenko ist mittlerweile Dauergast im Kreml bei Putin. Und man sieht bei jedem Treffen, wie die Souveränität von Belarus weiter und weiter schrumpft. Lukaschenko weiß ganz genau, dass sein politisches Überleben auf Gedeih und Verderb von Putin abhängig ist. Und dieses Pressefoto wurde von findigen Internetusern dann auch gleich so abgeändert. Und hier sieht man sehr deutlich nicht, wie das Verhältnis zwischen Lukaschenko und Putin in der Tat aussieht. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Lukaschenko eigentlich sehr geschickt alle seine Handlungsspielräume ausgelotet hatte vor 2020. Russland hätte schon längst eine Luftwaffenbasis einrichten wollen in Belarus und Lukaschenko hat sich immer dagegen gewehrt. Sie erinnern sich auch an die sogenannten Minsker Verhandlungen 2015, als Lukaschenko vermittelt hat zwischen der Ukraine und Russland. Und Lukaschenko hatte damals auch gegenüber der Weltöffentlichkeit gesagt, eben so etwas, was in der Ukraine 2014 passiert sei, hätte niemals passieren können in Belarus, weil in Belarus bereits in den 90er Jahren durch ein Referendum sowohl das bielorussische als auch das russische als Staatssprachen anerkannt worden seien. Und hier sehen Sie das militärische Aufmarschgebiet der russischen Einheiten vor dem 24. Februar 2022. Und Sie sehen, dass die russischen Einheiten nicht nur an der russisch-ukrainischen Grenze aufmarschiert sind, sondern auch an der bielorussisch-ukrainischen Grenze. Und dort sind diese Einheiten bis heute. Und daran kann man sehr deutlich ablesen, wie stark Putins Einfluss jetzt ist. Und Lukaschenko konnte eigentlich eben diesem Aufmarsch kein Nein mehr entgegensetzen und musste sich fügen. Und Sie haben das möglicherweise auch verfolgt in der Presse. Lukaschenko hat sich jetzt bereit erklärt, eine gemeinsame russisch-bielorussische Eingreifstruppe aufzustellen. Man weiß noch nicht genau, wie groß die sein soll, wo die überhaupt eingesetzt werden soll. Aber grundsätzlich ist auch hier ein Einknicken von Lukaschenko zu sehen. Warum macht Putin das? Ich glaube, wir müssen uns vor Augen halten, dass neben der heißen Übernahme der Ukraine, die wir jetzt sehen und die eigentlich all unsere Aufmerksamkeit absorbiert, gleichzeitig auch eine kalte Übernahme von Belarus erfolgt. Und Putin will damit gewissermaßen seinen großen historischen Plan erfüllen, nämlich die Russen, die Belarusen und die Ukrainer wieder in dem vereinigen, was Putin das historische Russland nennt. Das wäre der zweite Krieg gewesen. Der dritte Krieg, den wir feststellen können, ist Russlands Okkupation des eigenen Landes. Ich glaube, mittlerweile kann man ohne Vorbehalte sagen, dass in Russland ein Polizei- und Militärregime an der Macht ist, das sich wie eine Besatzungsmacht aufführt. Das widerspricht natürlich komplett dem Selbstbild, das Russland auch in den vergangenen Jahren immer wieder in die Öffentlichkeit eingespeist hat. Hier sehen Sie eine Karikatur, die nicht einfach aus dem Internet stammt, sondern das ist ein offizieller Tweet der russischen Botschaft in London. Und hier sehen Sie, Russland imaginiert sich als den starken Bären. Im Hintergrund sehen Sie ein prosperierendes Land mit einer funktionierenden Landwirtschaft, sogar auch mit Kosmistechnik. Dem steht die Eurozone gegenüber und das ist eben Europa aus russischer Sicht. Europa wird oft als Gay-Ropa bezeichnet. Deswegen wird hier auch in der Eurozone als Nationalflagge die LGBT-Flagge gehisst. Und die Europäer sind hier alles nur kleine Sparschweinchen, die immer nur ans Geld denken. Russlands Okkupation des eigenen Landes. Wir haben uns ja alle lange gefragt, wo bleiben denn eigentlich die Proteste? Und die Antwort ist, es gab diese Proteste. Es gibt eine eigene Webseite einer NGO in Russland, OWD-Info. Und dort können Sie eigentlich jederzeit den aktuellen Stand von Verhaftungen und Protesten abrufen. Und hier sehen Sie den aktuellen Stand der Verhaftungen in Russland. Das sind 16.437. Und angesichts der drakonischen Strafen, die ja verhängt wurden, ist es tatsächlich sehr mutig, wenn Leute heute immer noch als Protest auf die Straßen gehen. Diese Zahl per se ist eigentlich wenig aussagekräftig. Und die NGO hat dankenswerterweise diese Zahl auch aufgeschlüsselt. Und hier sehen Sie die Anzahl der Proteste auf einer Zeitachse verteilt. Und Sie sehen, dass von den 16.000 Protesten, die wir bisher in Russland gesehen haben, 15.000 im ersten Monat stattgefunden haben. Und der Schluss, den wir aus dieser Grafik ziehen können, ist ein einfacher. Es ist nicht so, dass die Proteste einfach verschwunden sind. Sondern es ist so, dass die massive Repression enorm gut funktioniert. Das heißt also, wir haben jetzt nur noch ganz wenige Proteste in ganz Russland, einfach weil das Polizeiregime so effizient funktioniert. Dann gibt es eine andere Webseite, die auf einer russischen Karte die einzelnen Protestorte verzeichnet. Und Sie können dann auf diese Punkte draufklicken. Und Sie sehen dann in der Leiste rechts, wie genau dieser Protest ausgesehen hat, wogegen er sich richtete, wie viele Menschen daran teilgenommen haben. Der vierte Krieg, den wir sehen in Russland, ist Russlands Energiekrieg gegen den Westen. Das ist top aktuell. Und diese Energiethematik ist etwas, was auch eben das westlich-russische Verhältnis seit langem dominiert. Sie erinnern sich vielleicht noch an den aufrechten Senator John McCain, der 2014 mal das BOMO geprägt hat, dass Russland eigentlich nur eine Tankstelle ist, die sich versucht, als Staat auszugeben. Das ist natürlich eine Provokation, aber gleichzeitig ist darin natürlich auch ein Körnchen Wahrheit. Russlands Staatshaushalt hängt sehr, sehr stark an den Energieexporten. Und Russland hat immer wieder versucht, wie Sie auf dieser Karikatur sehen, Gaslieferungen und auch Erdöllieferungen als Waffe einzusetzen. Außerdem lebt es sich heute als Energiemanager in Russland sehr gefährlich. Hier sehen Sie den Präsidenten des Aufsichtsrats von Lukoil. Das ist eine der wichtigsten Energiefirmen, also Erdölfirmen in Russland. Ich habe Ihnen hier die Lebensdaten aufgezeichnet. Er ist 1954 geboren und am 1. September dieses Jahres verstorben. Er ist aus einem Fenster gefallen. Es gibt eine ganze Reihe von mysteriösen Todesfällen, die hauptsächlich in sehr heiklen Wirtschaftszweigen Russlands vorgefallen sind. Andererseits sehen wir auch Fotos wie dieses hier, das Abfackeln von Erdgas in Pardavaia. Das ist eine Flüssiggasverladestelle nahe an der finnischen Grenze. Und das ist Russlands Energiepolitik heute. Also Erdgas wird eher abgefackelt und verbrannt, als dass es nach Europa geliefert wird. Warum? Weil Russland darauf spekuliert und darauf angewiesen ist, dass die Gaspreise enorm hoch sind und hoch bleiben, damit Russland trotz sinkender Menge immer noch einen hohen Erlös erzielt aus seinem Gasexport. Wir sehen das hier zum Beispiel an dieser Kurve des europäischen Gaspreises. Und mich interessiert jetzt nicht so sehr der Anstieg des Gaspreises nach dem Februar 2022, sondern wichtig ist an dieser Grafik das Ansteigen des Gaspreises in der zweiten Hälfte 2021. Und ich bin der Meinung, dass eben das Ansteigen des Gaspreises ein wichtiger auslösender Faktor für Putins Kriegsentscheidung gewesen ist. Weil Putin darauf spekuliert hat, dass bei einem sehr hohen Gaspreis und einer angespannten Versorgungssituation in Europa die Sanktionen Europas weniger stark ausfallen würden. Er hat sich, wie wir alle wissen, stark verkalkuliert. Bis vor kurzem ist seine Rechnung trotzdem einigermaßen aufgegangen. Hier sehen Sie, wie viel die EU bezahlt hat für Gasimporte aus Russland. Und zwar ist hier die Zeitperiode vom April 2021 abgetragen bis zum Sommer 2022. Und Sie sehen, dass im August Russland etwa gleich viel Geld eingenommen hat durch Gasexporte nach Europa wie im Jahr 2021. Im Februar und April gab es einen Peak im Gaspreis, einfach weil die Märkte natürlich extrem nervös waren während des Krieges. Die EU hat aber für dieses gleiche Geld, das sie bezahlte bis im Sommer, sehr viel weniger Gas bekommen aus Russland. Das heißt also, Russlands Spekulation ist kurzfristig jetzt aufgegangen, dass man mit sehr hohen Energiepreisen auch bei kleinen Liefermengen immer noch eben das Gleiche einnehmen kann wie vor einem Jahr. Aber mittlerweile ändert sich das. Die Situation kippt. Hier sehen Sie eben, wie viel weniger, zum Beispiel ganz unten, Polen, Deutschland, die EU und die ganze Welt an Erdöl und an Gas beziehen aus Russland. Und Sie sehen auch, dass Erdöl-Exporte nach Indien, China und anderen Ländern, die Sie ganz oben hier auf dieser Grafik sehen, keinesfalls eben die Verluste in Europa wettmachen können. Wenn Sie die Energiemengen oder die EU-Gasimporte nach Herkunft aufschlüsseln, dann kann man das sehr schön an dieser Grafik zeigen. Ganz unten der blaue Bereich, das sind die russischen Gaslieferungen, die dramatisch eingebrochen sind, eben durch die Sanktionen, die verhängt wurden. Und Sie sehen, dass vor allem Norwegen und Aserbaidschan hier eingesprungen sind. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, in dem auch die russische Rechnung nicht mehr aufgehen wird. Dass man nämlich mit sehr viel weniger Gas immer noch beträchtliche Einkünfte erzielen wird. Dazu gekommen ist das hier, die Sabotageakte am Nord Stream 1 und 2. Drei von vier Röhren sind beschädigt. Und zwar so, dass eine Energie- und Gaslieferung für die nächsten Jahre wahrscheinlich unwahrscheinlich ist. Meine persönliche Einschätzung hier ist, dass für einmal unwahrscheinlich ist, dass Russland dafür verantwortlich ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Russland überhaupt kein Interesse an einem solchen Sabotageakt haben kann. Erstens mal ist die gesamte Infrastruktur von Nord Stream 2 hauptsächlich von Gazprom vorfinanziert worden. Und Gazprom ist auf das jahrzehntelange Funktionieren dieser Pipeline angewiesen, um die Investitionen überhaupt wieder zurückzuholen. Und andererseits, weshalb sollte Russland eine Pipeline zerstören, wenn sie denselben Effekt einfach erzielen kann, indem sie den Gashahn bei sich zu Hause zudrehen. Man sieht auch, wie verzweifelt die Lage jetzt auch für Russland ist, an einem Auftritt von Putin vor etwa einer Woche an der Russian Energy Week in Moskau. Dort hat er zum x-ten Mal wiederholt, Russland ist bereit, über die vierte noch intakte Pipeline von Nord Stream Gas nach Deutschland zu liefern, wenn die Sanktionen aufgehoben werden. Und was gibt es für ein schöneres Eingeständnis, dass die Sanktionen wirklich wirken, als ein solches Angebot. Soviel eben zu den vier Kriegen, die ich glaube, feststellen zu können seit dem 24. Februar. Jetzt komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags. Wie viele Ukrainen gibt es denn überhaupt? Auch hier muss ich kurz zurückgehen zum NATO-Gipfel in Bukarest 2008. Das ist nicht schriftlich verbirgt, aber wir wissen aus Zeugnissen von Teilnehmern dieses NATO-Gipfels, dass Putin mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten George Bush gesprochen hat und ihn beiseite genommen hat. Er hat ihm gesagt, die Ukraine ist gar kein richtiger Staat. Er hat nie eine richtige Staatlichkeit gehabt und eigentlich zerfällt die Ukraine in zwei Hälften. Ich komme da nachher gleich noch dazu. Wir haben bei uns in St. Gallen bereits 2012 begonnen, ein großes Forschungsprojekt durchzuführen. Und wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie einfach Ukrainian Regionalism googeln. Dann kommen Sie sofort auf unsere Startseite. Dort haben wir unsere Materialien und Analysen veröffentlicht. Wenn Sie das interessiert, können Sie auch unsere wissenschaftliche Schlusspublikation herunterladen. Die University Press, die das veröffentlicht hat, hat nach dem 24. Februar als Zeichen der Solidarität auch alle ukrainebezogenen Titel gratis zur Verfügung gestellt im Internet. Unser Buch trägt den Titel, den bewusst paradoxen Titel Regionalism without Regions, also Regionalismus ohne Regionen. Was meinen wir damit? Wir wollen damit sagen, dass es in der Ukraine das Phänomen des Regionalismus gibt, das enorm stark ist. Sie können das auch mit Deutschland vergleichen. In Bayern gibt es auch ein sehr starkes regionales Bewusstsein. Und das ist ein alter Antagonismus zwischen München und Bonn und jetzt München und Berlin. Und in der Ukraine ist es ähnlich. Wir haben starke regionale Bewusstseine, aber wir haben keine historisch gewachsenen Regionen außer einen. Und das ist Galicien in der Westukraine. Und in unserem Forschungsprojekt haben wir versucht, gegen ein Vorurteil anzukämpfen, das es bis in die Redaktionsstufen der Washington Post geschafft hat. Das war die Titelseite der Washington Post zu Beginn des Euromaidan 2014. Und der Journalist, der diesen Artikel geschrieben hat, hat gesagt, das ist die eine Karte, die Sie verstehen müssen, wenn Sie wissen wollen, was in der Ukraine passiert. Und Sie sehen hier, die Ukraine ist zweigeteilt in einen westlichen Teil, angeblich einen proeuropäischen Teil, und einen östlichen Teil, einen prorussischen Teil. Die Schrafur bedeutet, hier hat es Euromaidan-Proteste gegeben, im Osten hat es angeblich laut dieser Karte keine Euromaidan-Proteste gegeben. Und unterlegt ist diese Karte auch noch mit der Selbstdeklaration der Muttersprache. Der Russophile-Osten ist hauptsächlich russischsprachig, und der Europhile-Westen ist hauptsächlich ukrainischsprachig. Ich glaube, dass das eine absolut reduktionistische Sichtweise ist, und ich möchte das an meinem Heimatland zeigen, der Schweiz. Wir hatten im Jahr 2014 eine Abstimmung für eine öffentliche Krankenkasse. Das heißt also, es hätte keine privaten Krankenkassen mehr gegeben. Und hier sehen Sie auch sehr deutlich nicht, Also die Deutschschweiz war gegen eine öffentliche Krankenkasse, und die französischsprachige Westschweiz war für eine solche Krankenkasse. Und auch im Fall der Schweiz gibt es das Phänomen, dass es bestimmte politische Präferenzen gibt in einzelnen Regionen des Landes. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Schweiz auseinanderfällt. Und man sollte auch nicht in der Ukraine von ethnischen Russen und ethnischen Ukrainern sprechen, sonst müssten wir im Fall der Schweiz auch von einem ethnischen Deutschen sprechen. Das wäre dann ich und ethnischen Franzosen und ethnischen Italienern im Tessin. Gleichzeitig ist es natürlich wahr, dass die Ukraine eine sehr komplexe Geschichte hat. Also ich werde Sie nicht mit den Details langweilen, aber es lohnt sich, jedes Jahrhundert einmal einen Blick auf die Landkarte zu werfen. Und hier sehen Sie, dass die russische Präsenz in der Ukraine im 18. Jahrhundert relativ bescheiden war. Und man kann auch nicht sagen, dass in diesem Hetmanat, das war ein Kosakengebiet am Dnipro, dass dort die russische Staatlichkeit etabliert war. Die Kosaken waren weitgehend autonom und standen in einem feudalen Treueverhältnis zum russischen Zaren damals. Der größte Teil gehörte zur polnisch-litauischen Adelrepublik. Und Sie sehen eben vor allem hier im Süden gab es eben kaum staatliche Strukturen. Die Karte der Ukraine, die Putin selber im Kopf hat, ist die hier. Das ist Russland im 19. Jahrhundert. Das ist nach der Südexpansion unter Katharina der Großen. Ende des 18. Jahrhunderts. 1783 kam es zur ersten Annexion der Krim vom Krim-Khanat. Und hier sehen Sie auch, und das ist ganz wichtig, eben die Sonderstellung der Westukraine von Galicien, das zum österreichischen Teil gehörte. Also Galicien war nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 gehörte zum deutschsprachigen österreichischen Teil. In der Zwischenkriegszeit sieht dann die Ukraine so aus. Und auch das ist wichtig eben für das bedeutende regionale Bewusstsein in der Westukraine, in Galicien. Galicien und im Norden Wolhynien gehörten in der Zwischenkriegszeit zur zweiten neu erstandenen polnischen Republik. Und eben der größte Teil der Ukraine war dann die ukrainische Sowjetrepublik, übrigens bis 1934 mit der Hauptstadt Kharkiv im Osten. Und erst nach 1934 ist dann Kiew die Hauptstadt geworden. Wir haben diese regionalen Identifikationen getestet in unserem Forschungsprojekt. Und hier sehen Sie eine Karte. Das ist eine Umfrage, die wir gemacht haben im Jahr 2013. Das war direkt vor dem Euromaidan. Also wir hatten keine Ahnung, wie heiß die Situation werden würde in einem Jahr. Aber es ist ein Glücksfall natürlich für diese soziologische Umfrage, dass wir gewissermaßen einen Schnappschuss der Befindlichkeiten machen konnten, bevor der Euromaidan und bevor die russische Aggression losging. Und hier haben wir die Frage gestellt, stimmen Sie der Aussage zu, dass die Ukraine und Russland nicht ein einziger Staat sein sollen. Und hier sehen Sie sehr deutlich, wie zu erwarten war in der Westukraine bis hin in die Zentralukraine, eine starke Zustimmung zu dieser Aussage. Sie sehen auch ganz unten rechts die Farbskala und Sie sehen auch im Osten und im Süden der Ukraine gibt es nicht einfach eine Ablehnung dieser Aussage, sondern einfach eine weniger starke Zustimmung. Nach der Annexion der Krim sieht die Antwort auf dieselbe Frage so aus. Im Westen und im Zentrum bis weit in den Osten sagen die Leute jetzt, ja, Russland und Ukraine sollen nicht ein einziger Staat sein. Und ich gehe nochmals zurück, damit Sie es nochmals vergleichen können. Wir haben eine schwache Zustimmung zur Eigenstaatlichkeit der Ukraine in der Zentral- und Ostukraine. Und nach der russischen Aggression und der Annexion der Krim 2014, als wir dieselbe Frage 2015 gestellt haben, haben wir eine viel breitere Zustimmung auch im Zentrum und Osten eben zu dieser Aussage, dass Russland und die Ukraine nicht ein einziger Staat sein sollen. Wir haben selber jetzt in letzter Zeit keine Umfragen mehr durchführen können, aber es gibt Meinungsforschungsinstitute in der Ukraine, die hier sehr mutig und auch engagiert, auch unter Kriegsbedingungen in der Ukraine Umfragen durchgeführt haben. Und hier sehen Sie aufgeschlüsselt seit Januar 2022 bis August 2022 die Antworten auf die Frage, wie zuversichtlich sind Sie, dass die Ukraine fähig sein wird, den russischen Angriff zurückzuschlagen. Und Sie sehen ganz links, dass nur etwa die Hälfte der ukrainischen Bevölkerung zu Beginn des Kriegs zuversichtlich waren, dass man Russland besiegen wird. Und jetzt im August haben wir doch eine enorm hohe Zuversicht in der ukrainischen Bevölkerung, wenn man diesen Zahlen Glauben schenken will, 93 Prozent glauben, dass man den russischen Angriff zurückschlagen will. Und das ist in der Tat im Moment die vorherrschende Meinung in der Ukraine. Ähnliches gilt auch für die Zustimmung zur ukrainischen Unabhängigkeit. Im Dezember 1991, also kurz bevor die Sowjetunion aufgelöst wurde, wurde in der gesamten Ukraine ein Referendum durchgeführt. Und die Leute wurden gefragt, wollen Sie, dass die Ukraine ein unabhängiger Staat sein wird? Und eben das Referendum erzielte damals erstaunlich hohe Zustimmungsraten. Zwar über 90 im Westen, in Galicien, aber auch im Osten, also in Donetsk und Luhansk, gab es eine Zustimmung von über 80 Prozent. Und auf der Krim war die Zustimmung irgendwo zwischen 53 und 57 Prozent zur ukrainischen Unabhängigkeit. Sie sehen eben schon damals auf der Krim, es gab keinen Separatismus, es gab eine schwache Zustimmung zum ukrainischen Nationalprojekt. Soviel also eben zur wirklich komplexen Situation auf dem Boden in der Ukraine. Ich glaube, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass diese Zweiteilung, die angebliche Zweiteilung der Ukraine in einen proeuropäischen Westen und einen pro-russischen Osten viel zu einfach ist und viel zu kurz greift und nichts erklären kann, was passiert. Ich glaube, wir beobachten vielmehr in den letzten zehn Jahren eben eine Ausbreitung der Zustimmung zum ukrainischen Nationalprojekt, die ihren Ausgang hat in Galicien und sich jetzt nach Osten verbreitet. Ich glaube, man kann das auch vergleichen mit der italienischen Nationalbildung im 19. Jahrhundert, die von Piedmont ausging und sich dann langsam über ganz Italien ausbreitete. Ja, wie geht es weiter? Ich möchte Ihnen drei Szenarien für die Ukraine und drei Szenarien für Russland präsentieren. Bei den Szenarien für die Ukraine gibt es das Bosnien-Szenario. Was meine ich damit? Der Bosnienkrieg hat 1995 mit dem Abkommen von Dayton geendet. Und dieses Abkommen von Dayton hat eigentlich die Schaffung des heutigen Staates Bosnien-Herzegowina vorgesehen. Wie sah dieser Friedensschluss von Dayton aus? Das Grundprinzip war Land gegen Frieden. Der Friedensschluss von Dayton hatte einen großen Vorteil und einen großen Nachteil. Der große Vorteil bestand darin, dass endlich Frieden war. Der große Nachteil bestand darin, dass die Aggression der bosnischen Serben belohnt wurde. Heute besteht Bosnien-Herzegowina einerseits aus der sogenannten Serbischen Republik und andererseits aus der kroatisch-bosnischen Föderation. Das Gebiet der Serbischen Republik ist im Wesentlichen das Aufmarschgebiet, das militärische Aufmarschgebiet der bosnischen Serben zum Zeitpunkt des Friedensschlusses. Und Sie sehen, dieser Frieden hat eigentlich einen gigantischen moralischen Schaden angerichtet, weil diejenigen, die angegriffen haben, letztlich mit Territorien belohnt worden sind. Und so etwas ist nicht auszuschließen, wenn sowohl Russland als auch die Ukraine erschöpft sind in ihrer Kriegsführung. Im Moment ist dieser Moment nicht erreicht. Aber ich denke, wenn es zu einem Friedensschluss kommen wird, nach irgendwelchen Verhandlungen, dann wird es nach dem Prinzip Land gegen Frieden sein. Und auch hier hätten wir einen gigantischen moralischen Schaden, eben weil wir eine militärische Aggression belohnen würden. Das zweite Szenario, das vielleicht wahrscheinlicher ist, ist das Szenario Libanon. Dort haben wir einen jahrzehntelangen Krieg, der nie zur Ruhe kommt. Ein Krieg, der in der vollkommenen Zerstörung der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grundlagen des Staates geendet hat. Und Sie haben alle die Zahlen gelesen, die ukrainische Wirtschaft ist um mehr als die Hälfte eingebrochen seit Kriegsbeginn. Und das ist eine große Gefahr für den ukrainischen Staat, dass er gewissermaßen libanisiert wird. Dass wir ebenfalls eine absolut chaotische Situation haben in der Ukraine, die derjenigen in Libanon gleicht. Und das geht bis hin zur Stromversorgung. Die perfide Strategie der Russen zielt ja jetzt im Moment auf die Zerstörung der ukrainischen Elektroinfrastruktur. Und das ist natürlich vor allem im Hinblick auf den kommenden Winter sehr schwierig. Und auch im Libanon haben wir eben eine ähnliche Situation, wo eigentlich jedes Haus, das es irgendwie vermag, einen eigenen Elektrogenerator im Hof stehen hat. Das dritte Szenario, das ich für möglich halte, ist das Wunschszenario der Ukrainer selbst, Israel. Wenn immer ukrainische Delegationen auftreten, zum Beispiel am Weltwirtschaftsforum in Davos oder an der Konferenz von Lugano, die im Frühsommer stattgefunden hat in der Schweiz, dann präsentieren die Ukrainer dieses Szenario. Sie sagen, wir wollen gewissermaßen ein Israel in Osteuropa sein. Was bedeutet das? Wir wollen eine Insel von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Westbindung sein, in einem radikal feindlichen Umfeld. Wir werden uns bis an die Zähne bewaffnen, um den Feind im Norden in Schach zu halten. Gleichzeitig werden wir auch Digitalisierung vorantreiben. Wir werden eine Insel der Hochtechnologie und der prosperierenden Wirtschaft sein. Ob das gelingt, müssen wir natürlich abwarten. Das sind drei mögliche Szenarien. Und ich glaube, im Moment sehen wir leider Szenario zwei. Szenarien für Russland. Das erste Szenario würde ich überschreiben mit dem Titel Nordkorea. Das ist ein Zustand der totalen Isolation. Der ist bis zu einem gewissen Grad eingetreten. Russland hat keine frei konvertierbare Währung mehr. Es gibt keine direkten Flugverbindungen mehr zwischen Russland und Westeuropa. Wenn Sie von Russland nach Europa fliegen wollen, müssen Sie entweder über Istanbul oder über Tiflis fliegen. Und seit der Mobilisierung Ende September sind die Preise dort in die Höhe geschnellt. Ein Flugticket nach Istanbul kostet im Moment 8000 Euro. Nordkorea im Zustand absoluter Isolation. Die Führung im Kreml sieht das nicht als Schreckgespenst, sondern sagt, wir sind eine eigene Zivilisation. Wir haben unsere eigenen Werte. Unsere Gesellschaft funktioniert ganz anders als die europäische Gesellschaft. Ich glaube aber, dass dieses Szenario nicht lange durchzuhalten ist. Dieses nordkoreanische Szenario, eben einer absoluten Schließung der Gesellschaft mit absoluter Repression, mit drakonischen Strafen für alle, die abweichen oder sich gegen das System stellen, Das wird in Russland nicht auf Dauer durchzuhalten sein. Das zweite Szenario nenne ich Belarus. Und ich glaube, das ist im Moment der Zustand, in dem sich Russland befindet. Putin ist ein Diktator geworden, wie es Lukaschenko schon seit mehreren Jahren in Belarus ist. Lukaschenko hat immer wieder Oppositionelle und Leute, die ihm gefährlich werden könnten, einfach verschwinden lassen. Es gibt zahlreiche unaufgeklärte Fälle. Die meisten Oppositionspolitiker sitzen bis heute im Gefängnis. Der berühmteste Fall einer Oppositionspolitikerin, die rechtzeitig fliehen konnte, ist Svetlana Tikhanovskaya. Ihr Mann, der eigentlich Präsidentschaftskandidat gewesen wäre, im Jahr 2020 ist inhaftiert. Und Svetlana Tikhanovskaya hat überhaupt keine Aussicht, jemals wieder in ihre Heimat zurückzukehren, zumindest eben solange das System Lukaschenko dort herrscht. Und dasselbe gilt eigentlich für Russland. Also Russland hat sich radikalisiert in Richtung einer bielorussischen Diktatur. Nun noch mein letztes verhaltenoptimistisches Szenario. Das ich allerdings im Moment noch nicht sehe. Im Gegenteil. Ich nenne dieses Szenario späte Sowjetunion. Sie erinnern sich in den 80er Jahren. Brezhnev, verknöcherter Greis, der das System komplett an die Wand gefahren hatte, wurde abgelöst von weiteren uralten Apparatschiki, die alle nach wenigen Monaten im Amt starben. Und dann kam Gorbatschow. Und Gorbatschow war ein überzeugter Kommunist. Deswegen hat er den Aufstieg auch überhaupt nur geschafft. Gorbatschow war aber ein Versprechen für die Zukunft. Gorbatschow war bekannt als Macher, als jemand, der wusste, dass die sowjetische Wirtschaft so nicht weiter überleben würde können. Und er war ein Technokrat, ein Modernisierer. Und ich glaube, ähnlich kann man heute sagen, es ist der Führungsklicke im Kreml klar, dass Putin toxisch geworden ist. Mit Putin lässt sich buchstäblich kein Start mehr machen in den internationalen Beziehungen. Und man muss jetzt sich überlegen, was passiert nach Putin. Ich halte es eigentlich für höchst unwahrscheinlich, dass Putin Anfang 2024 bei den nächsten russischen Präsidentschaftswahlen nochmals antreten wird. Ich glaube, dass im Kreml man sich jetzt schon Gedanken macht, dass man einen Nachfolger aufbaut. Und dieser Nachfolger muss drei Bedingungen erfüllen. Er muss loyal sein zur herrschenden Ideologie, so wie das Gorbatschow in Bezug auf den Kommunismus war. Er muss die Privilegien der Machtelite sichern und er muss ein Modernisierer sein. Und es steht noch völlig in den Sternen, wer dieser Nachfolger sein könnte. Eine mögliche Figur ist dieser Mann hier, Denis Mantorov. Der ist im Sommer in einer außerordentlichen Duma-Sitzung zum stellvertretenden Ministerpräsidenten gewählt worden. Mantorov ist seit einigen Jahren verantwortlich gewesen für den sogenannten Importersatz. Russland befindet sich ja seit 2014 unter internationalen Sanktionen, hat auch vor allem im Lebensmittelbereich gegen Sanktionen gegen den Westen eingeführt, um seine eigene Wirtschaft zu schützen. Und Mantorov ist jemand, der dieses wirtschaftliche Aufbauprogramm kuratiert. Mantorov könnte eine Figur sein, eben absolut loyal, ein Technokrat. Aber eben, wir werden wahrscheinlich Ende nächstes Jahres erst wissen, wer in die Startplätze gebracht wird. für die Präsidentschaftswahlen 2024 in Russland. Und wir wissen auch nicht, wie sich die militärische Situation jetzt noch bis Ende Jahr und bis ins nächste Jahr entwickeln wird. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für den fantastischen Vortrag, Herr Professor Schmidt. Und gerade für den Hintergrund, den Sie nochmal aufgespannt haben. Ich fand besonders interessant, diese soziologischen Analysen, die Sie aus der Ukraine mitgebracht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Menge Fragen jetzt gibt. Sie sind alle herzlich aufgefordert, eingeladen, sich zu beteiligen, auch die Online-Zuschauer. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie melden sich einfach und kriegen dann das Mikrofon oder geben dann Ihr Mikrofon frei. Wir hören Sie hier im Raum. Sie können auch Ihre Fragen einfach in den Chat schreiben. Dann würde ich Sie einfach an Herrn Professor Schmidt weiterreichen. Im Saal bitte ich Sie darum, Herr Mörtler hat ein Mikrofon in der Hand, das er Ihnen geben wird. Das erleichtert dem Online-Publikum eben das Verstehen der Fragen. Und wir werden einfach mal gucken, dass wir so die Reihenfolge der Wortmeldungen einigermaßen vernünftig berücksichtigen können. Also beteiligen Sie sich bitte einfach rege. Ich fange vielleicht einfach mal ganz kurz nochmal an mit einer Frage, die jetzt gerade so die gegenwärtige Situation zeichnet. Es gab ja diese Geländegewinne jetzt der Ukraine und mit diesem militärischen Erfolg hatten wir ja auch Ihre Grafik ganz gut nachvollziehbar gemacht. Auch die Einschätzung der Erfolgsaussichten der Ukraine insgesamt hat sich ja dadurch erheblich verändert. Es gibt jetzt allerdings eine ganze Reihe anderer Positionen, die meinen, dass diese militärischen Volke auch überschätzt sind, im Wesentlichen eben auch nur den westlichen Waffen geschuldet sind und eigentlich für eine weitere Entwicklung deutlich mehr und noch verstärkte und andere Waffensysteme notwendig sind. Speziell hier in Deutschland haben wir ja eine große Diskussion gerade über die Waffenlieferung. Wie schätzen Sie diese momentane Situation letztendlich ein? Ist das ein Erfolg, bei dem die Ukraine hier wirklich aufsetzen kann und sie weiter voranführen, fortentwickeln kann? Weil das setzt da im Grunde diesen ganzen Prozess auch in den Gang. Es gab ja jetzt eine erste, wie soll ich sagen, Reaktion auch von Putin, der ja angedeutet hat, dass er in Verhandlungen eintreten möchte. War vielleicht auch noch eine Reaktion darauf, dass die Ukraine sehr viel deutlicher sagt, sie beteiligt sich gerade nicht. Wie schätzen Sie das ein? Ja, das ist eine interessante Situation, die sich ergeben hat. Also militärisch ist es ja eigentlich seit Anfang des Krieges klar, dass beide Seiten zu stark sind, um zu verlieren und beide sind zu schwach, um zu gewinnen. Die westlichen Waffen spielen eine entscheidende Rolle und ich glaube auch, dass die anfänglichen militärischen Erfolge der Ukraine überhaupt erst dazu geführt haben, nicht, dass in großem Stil auch hochtechnologische Waffen geliefert wurden. Putin und Lavrov, sein Außenminister, die signalisieren ja immer Verhandlungsbereitschaft. Wahrscheinlich hat das einen realen Hintergrund, denn jede Verhandlungslösung wäre ja ein Dayton-Effekt, wie ich das versucht habe darzustellen. Jede Verhandlungslösung würde eigentlich Russland als Sieger dastehen lassen. Es ist aber, glaube ich, auch dem Kreml in dieser Situation klar, dass keine Verhandlungen überhaupt denkbar sind. Die ukrainische Seite hat sogar ein Gesetz verabschiedet, in dem festgehalten wird, dass Verhandlungen mit Putin verboten sind. Also man darf zwar mit Russland verhandeln, aber nicht mit Putin. Ich glaube, die Tatsache, dass der Kreml mantra-mäßig immer wieder wiederholt, dass man zu Verhandlungen bereit ist, hat wahrscheinlich mehr einen rhetorischen Effekt. Also vor allem, man möchte der westlichen Öffentlichkeit sagen, wir sind diejenigen, die bereit sind für Verhandlungen. Und die Ukrainer sind diejenigen, die sich gegen eine Verhandlung sperren. Die Ukrainer haben sich natürlich mittlerweile auch in Zugzwang gebracht, in dem eben die gesamte Spitze und Selenskyj auch immer wieder betont hat, wir wollen nicht nur eben den Stand vom 23. Februar wiederherstellen, sondern wir wollen die territoriale Integrität der Ukraine überhaupt wiederherstellen. Das heißt also, nicht nur vollständige Rückeroberung der vier annektierten Gebiete, sondern auch der Krim. Und ich glaube, Putin hat ja klargemacht, er hat gesagt, wir werden diese Gebiete halten, die ja jetzt aus russischer Sicht Russland sind. Whatever it takes. Es gibt eine Frage aus dem Chat schon. Sie beteiligen sich bitte alle Riege. Haben die Ukrainer genügend Soldaten, um längerfristig Widerstand zu leisten? Ja, das ist ein großes Problem. Wir alle wissen nicht genau, wie groß die ukrainische Armee ist. Im Moment zirkulieren Zahlen von etwa 600.000. Aber da sind wahrscheinlich diese sogenannten Territorialverteidigungseinheiten auch dabei. Das sind natürlich schwach ausgebildete und schwach bewaffnete Einheiten. Man muss sich natürlich auch vor Augen halten, dass die reguläre ukrainische Armee seit Februar eigentlich ununterbrochen im Einsatz ist. Die Leute sind erschöpft. Und es wird für beide Seiten schwierig werden, jetzt im kommenden Winter unter erschwerten Bedingungen nochmals Geländegewinne zu erzielen. Das heißt also, man sieht ja auch auf der russischen Seite nicht, wie verzweifelt Putin und der Kreml versuchen, neue Soldaten an die Front oder mindestens in die besatzten Gebiete zu werfen. Es gibt Spekulationen, dass nicht nur 300.000 Soldaten ausgehoben worden sind, sondern bedeutend mehr. Man hat es nur nicht kommuniziert. Und wir haben jetzt in den vergangenen Tagen ja auch die Ausrufung des Kriegsrechts beobachtet. Das volle Kriegsrecht ist in den vier neu annektierten ukrainischen Gebieten verhängt worden, dann in den angrenzenden russischen Grenzregionen. Und die tiefste Stufe des Kriegsrechts ist auch für den westlichen Teil Russlands verhängt worden. Herr Professor, was halten Sie von der Valentina Matvijenko? Die rechte Hand von Putin, Frau und dazu noch ukrainische Abstammung. Das wäre vielleicht eine Lösung. Sie meinen als Nachfolgerin? Ja, ich denke, Matvijenko ist ja lange Gouverneurin der Leningradske Eroberst gewesen. Sie ist jetzt die Vorsitzende des Föderationsrates. Und der Föderationsrat hat einen großen Nachteil. Matvijenko ist eigentlich wahrgenommen worden als Komplizin dieses Angriffskrieges. Das heißt also, ich glaube, Matvijenko ist zu sehr im Apparat verankert. Ich glaube auch nicht, dass sie das Standing hat innerhalb der russischen Führungselite. Sie ist mehr, wie soll ich sagen, eine Aushängefigur. Also man braucht auch Frauen in Führungspositionen. Aber ich halte sie nicht für eine wahrscheinliche Kandidatin. Ich habe sie übrigens auch nie irgendwie erwähnt gesehen, wenn es darum ging, was für Namen denn möglich sind für Putins Nachfolger. Ich nehme dazwischen eine Frage aus dem Chat auf. Im Chat bitte ich Sie einfach, also online, wenn Sie Ihre Hand heben, dann sehe ich, dass Sie Ihre Mikrofone einsetzen wollen. Es ist sonst einfach schwierig, wenn man es direkt anmacht. Eine Frage aus dem Chat ist, sind Luhansk und Donetsk überhaupt wieder integrierbar in die ukrainische Ukraine, siehe pro-russische Aktivisten? Ja, das ist eine schwierige Frage. Vor allem muss man sich fragen, welche Teile von Donetsk und Luhansk. 2014 ist es ja den Aktivisten in den Volksrepubliken Donetsk und Luhansk nur gelungen, etwa die Hälfte des Territoriums dieser beiden Gebiete in der Ukraine wirklich zu kontrollieren. In diesen Gebieten gibt es auch einen Meinungsumschwung seit dem 24. Februar. Natürlich hat es nach 2014 sehr viele Leute gegeben, die nach wie vor stark pro-russisch eingestellt waren. Und tatsächlich, so wie Russland und Putin sich das vorgestellt haben, die Russen als Befreier begrüßt haben. Aber ich habe zum Beispiel jetzt eine Mitarbeiterin bei mir, die ursprünglich aus Kramatorsk kommt. Und sie sagt, dass seit Kriegsbeginn in Kramatorsk, das ist ein Gebiet, das in dieser fraglichen Zone liegt, dass seit Kriegsbeginn dort eben auch die Stimmung gegen Russland sich sehr, sehr stark entwickelt hat. Also ganz im Sinne dieser soziologischen Umfragen, die während des Krieges durchgeführt wurden. Besteht nicht die Gefahr, dass Belarus sich jetzt auch stärker engagieren wird oder engagieren muss? Wir haben sehr viele Soldaten, die Waffen sind dort offensichtlich auch nicht so schlecht und die haben eine sehr große Nähe zu Kiew. Die könnten also nochmal den Beginn des Krieges wiederholen und versuchen, Kiew einzunehmen. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Das wird nur geschehen, wenn Putin tatsächlich genügend Hebelwirkung auf Lukaschenko hat. In Belarus war schon die Annexion der Krim absolut unpopulär. Und es hat auch zu Lukaschenkos heimlichen Widerstand gegen Russland gehört, dass er die Krim lange Zeit nicht anerkannt hat als russisches Territorium. Was natürlich eine extrem bittere Pille war für den Kreml. Jetzt mittlerweile seit Kriegsbeginn am 24. Februar hat Lukaschenko gesagt, ja doch, wir anerkennen jetzt die Krim als russisches Territorium. Aber sowohl in der bielorussischen Führung als auch im bielorussischen Militär als auch in der bielorussischen Bevölkerung überwiegt folgende Einstellung. Man ist komplett gegen die Annexion der Krim. Man ist gegen die Destabilisierung der Ostukraine. Warum? Weil man genau weiß, heute ist die Ukraine dran, morgen sind wir dran. Wenn Putin die Ukraine angreift mit dem Argument, das sind ja eigentlich Russen wie wir, was sollen dann die bielorussischen denken? Die wissen ganz genau, oder dass sie das nächste Opfer der russischen Aggression sein werden. Und es ist bisher tatsächlich auch eben weder der politischen Führung noch der militärischen Führung irgendwie gelungen, das Militär davon zu überzeugen, dass auch tatsächlich bielorussische Einheiten im russischen Auftrag in der Ukraine einmarschieren sollen. Ich schließe das nicht aus, aber es wäre natürlich eben die absolute Kapitulation von Lukaschenko eben vor Ansprüchen, die aus Moskau kommen. Und Lukaschenko wird sich bis zuletzt gegen ein solches Szenario stemmen. Und ich hatte ja kurz darauf hingewiesen, ich glaube schon eben dieses Aufstellen, dieser gemeinsamen bielorussisch-russischen Einheit ist ein enormes Zugeständnis von Lukaschenko an Russland. Zum Nord Stream. Sie meinten, die Sabotage wäre nicht von den Russen ausgegangen. Wie könnte es sonst gewesen sein? Keine Ahnung, Vermutung. Und Sie behaupten, die Amerikaner waren es vielleicht gewesen. Dazu kann ich nichts sagen. Dazu kann ich wirklich nichts sagen. Es zirkulieren viele Sachen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass es Russland selbst gewesen ist. Aber ich halte das für eine der unwahrscheinlicheren Erklärungen. Für uns im Westen besonders erschreckend ist ja diese Drohung, dieses Spiel, das der Putin immer mit den Nuklearwaffen betreibt. Und ich denke jetzt da besonders, wir haben in diesen Tagen 60 Jahre die Kubakrise. Und die Lösung dieser Kubakrise war ja damals, in Kürze ist das passiert. Und zwar konnte es gelöst werden, weil der amerikanische Präsident Kennedy damals einen Deal machen konnte mit dem Khrushchev. Dieser tauscht gewissermaßen, du ziehst deine Raketen von Kuba ab und ich ziehe meine Jupiter-Raketen von der Türkei ab, die Russland bedrohen. Und damit war der Fall erledigt. Sehen Sie eine ähnliche Möglichkeit der Beendigung dieses fürchterlichen Krieges, damit der Ukraine, dass da Dealmöglichkeiten stattfinden könnten? Ja, das wäre natürlich schön, wenn so etwas passieren könnte. Ich glaube aber, im Moment ist das absolut unrealistisch. Sowohl der Westen, der die Ukraine militärisch unterstützt, als auch die Ukraine selbst, ist im Moment eingeschworen, eben auf ein Zurückdrängen der russischen Besatzung in der Ukraine. Ein solcher Deal würde ja eigentlich auch voraussetzen, dass Putin gesichtswahrend zurückziehen könnte. Damals waren die Voraussetzungen ganz andere. Die sowjetische Bevölkerung hat kaum etwas mitgekriegt. Also von dieser Stationierung von Raketen auf Kuba. Und deswegen war es für Khrushchev dann auch einfacher zu sagen, wir stationieren diese sowjetischen Raketen nicht. Und heute ist natürlich so, auch die russische Bevölkerung weiß, was passiert in der Ukraine. Viele informieren sich eben auch über alternative Kanäle. Vor allem die urbane Intelligenz. Er weiß sehr genau, was passiert. Und eben, ich glaube, Putin hat jetzt vor allem auch mit der völlig überhasteten Annexion dieser vier Territorien vor ein paar Tagen sich selber in absoluten Zugzwang gebracht. Also für ihn gibt es ja jetzt kaum mehr ein Zurück. Ich muss auch sagen, ich bin persönlich extrem überrascht gewesen, dass er gleich vier Territorien annektiert. Also ich bin der Meinung gewesen, nicht, dass es viel günstiger gewesen jetzt aus einer Kreml-Sicht Donetsk und Luhansk zu annektieren und die anderen beiden Territorien gewissermaßen zu einem neuen Donetsk und Luhansk in der Zeit 2014 bis 2021 zu machen. Nicht, dass man dort gewissermaßen diese Destabilisierung hätte weiterführen können. Ich glaube, dass eine solche Verhandlungslösung zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt eben nach so vielen Zerstörungen, so vielen Kriegsverbrechen, so vielen Opfern nicht mehr möglich ist. Sie haben ganz kurz die Rede von Putin in München erwähnt. Können Sie konkretisieren, was hat der Putin gemeint mit der roten Linie? Das ist interessant. Also die rote Linie, das zieht sich eben von Bukarest 2008 bis eben zu den berühmten Sicherheitsgarantien, die Russland Ende 2021 vom Westen eingefordert hat. Putin ist besessen von der angeblichen Bedrohung durch die NATO. Das ist übrigens schon ein Leitmotiv in der berühmten Rede von Putin, die er auf Deutsch vor dem Deutschen Bundestag gehalten hat. Und hier im öffentlichen Diskurs wird immer wieder eben vom gemeinsamen Haus gesprochen, das Putin damals in der Tat beschworen hat. Aber wenn Sie die Rede nochmals lesen, dann merken Sie, dass damals schon eben die Bedrohung durch die NATO eine wichtige Furcht war für Putin. Und die rote Linie, die aus Putins Sicht überschritten war, das ist übrigens etwas, was im Prinzip Putin zum gewissen Grad auch von Jelzin übernommen hat. Jelzin hatte noch Ende 1991 davor gewarnt, dass im Fall einer ukrainischen Unabhängigkeitserklärung die Krim ein Problemfall werden könnte und der Donbass ein Problemfall werden könnte. Und Jelzin hat auch gegen die NATO-Osterweiterung in den 90er Jahren protestiert. Er hat zwar gesagt, es stimmt schon, dass im deutschen Wiedervereinigungsvertrag Deutschland die Bündnisfreiheit, die militärische zugesichert worden ist, aber eben die Aufnahme der neuen Mitglieder, das wurde 1996 beschlossen, Polen, Tschechien, Ungarn, Verstoße gegen den Geist eben dieses deutschen Wiedervereinigungsvertrags. Und ich glaube, eben das zieht sich aus der Ära Jelzin, bis eben zu dieser Aussage von Putin an der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, als für ihn klar war, nicht also mit der Aufnahme von zwei ehemaligen, Entschuldigung, drei ehemaligen Sowjetrepubliken in die EU und in die NATO ist eine rote Linie überschritten. Es gibt jetzt zwei Fragen aus dem Chat. Waren das nicht die Stationierung der amerikanischen Raketen in Polen und Rumänien und Tschechei, glaube ich, hat dann abgesagt, hat gesagt, nein, bei uns nicht. Das ist viel später. Das ist viel später. Das ist unter Obama gewesen. Das sind Regikova in Polen und Deveselo in Rumänien und das sind keine amerikanischen Raketen, sondern das ist eben ein Abwehrsystem gegen Raketen gewesen. Regikova und Deveselo sind in der Tat im Betrieb, aber das war nicht die rote Linie, die Putin angemerkt hat, obwohl eben das natürlich auch zu Stirnrunzeln im Kreml geführt hat. Aber eben, was man schon auch sagen muss, nicht, also bei den allen NATO-Osterweiterungen ist es ja so gewesen, dass keine fremden NATO-Truppen auf dem Gebiet dieser neuen NATO-Ost-Mitglieder stationiert wurden. Also es gab keine Militärbasen in Polen oder in den baltischen Ländern. Also wir haben eine Reihe Fragen jetzt aus dem Chat, wie sich sammeln die jetzt gerade mal schnell. Warum hat Putin Probleme, mehr Soldaten zu rekrutieren bei einer Bevölkerung von 150 Millionen im Vergleich zur Ukraine? Hat Putin doch Widerstand der russischen Bevölkerung zu fürchten? Und ja, vielleicht kann ich da eine Frage von mir gleich mit anhängen. Sie hatten ja sehr schön gezeigt, wie sich im Grunde so eine Art identitätsstiftender Prozess im Verlauf des Krieges dann langsam weiter anschiebt und forciert so eine Art Nation Buildings, der sich da mehr oder weniger vollendet. Gibt es eine ähnliche Entwicklung auch in Russland auf der einen Seite oder aber führt jetzt gerade diese Teilmobilmachung dazu, dass es zu einer wiedererstarken der russischen Zivilbevölkerung im Widerstand kommen kann? Es gibt ja diesen ganzen Praying Trust, viele, viele Russen, die es irgendwie können in dem entsprechenden Alter, verlassen ja Russland. Und die letzte Frage noch, warum gehen Sie davon aus, dass Putin 2024 abgelöst wird? Also ich fange vielleicht vorne an. Warum hat Putin Probleme mit der Mobilisierung von Soldaten? Der erste Grund ist folgender. Putin hat am 24. Februar folgende Rhetorik gewählt. Er hat gesagt, wir entnazifizieren und wir demilitarisieren die Ukraine. Das ist eine militärische Spezialoperation, die wird von Profis durchgeführt. Meine lieben Russinnen und Russen, davon spürt ihr gar nichts. Geht euch nichts an. Wir führen das professionell durch. Wenn jetzt aber plötzlich die Mobilisierung kommt, dann ist das ein Bruch dieses Versprechens vom 24. Februar. Jetzt geht es die Russinnen und Russen sehr wohl etwas an. Und eben das Prekäre ist ja das, oder dass seit dem 24. Februar schon geschätzt etwa 300.000 Russinnen und Russen ausgereist sind aus Russland. Und jetzt, nachdem die Teilmobilmachung bekannt gemacht worden ist, sind nochmals 300.000 Russen ausgereist. Und das ist bekannterweise ziemlich genau die Anzahl der Soldaten, die Russland mobilisieren wollte. Also die Mobilisierung und das weiß Putin auch sehr genau ist höchst unpopulär in Russland. Warum? Weil auch der Krieg nicht populär ist. Dieser Krieg ist etwas, was abgelehnt wird in Russland und eben das einzige Argument, einigermaßen verfängt bei der russischen Bevölkerung ist, dass es kein Krieg gegen die Ukraine ist, sondern es ist ein Krieg gegen den Westen, vor allem gegen Amerika und will angeblich Russland in die Knie zwingen und Russland daran hindern, zu seiner angestammten historischen Größe zu kommen. Dann zur zweiten Frage, wie stark ist der Rückhalt dieses Kriegs in Russland und was trägt das zum russischen Nationalprojekt bei? Also hier muss man glaube ich grob im Auge behalten, dass in der russischen Bevölkerung drei Gruppen vorhanden sind. 25% sind für diesen Krieg und unterstützen den Kreml vorbehaltlos. 25% auf der anderen Seite sind total gegen diesen Krieg und verdammen ihn. Und in der Mitte haben sie eine relativ große Masse, die depolitisiert ist, weitgehend apathisch und das sind Leute, die bereit sind, wenn ein Meinungsforschungsinstitut anruft, zu sagen, ja, ich unterstütze diesen Krieg. Aber das ist natürlich eine denkbar schwache Unterstützung und eben bei uns zirkulieren ja immer diese Zahlen, Also 70 bis 80% der Russen unterstützen den Krieg. Es ist viel zu kurz gegriffen. Man muss auch die Antwortraten anschauen. Die liegen im Moment bei 5 bis 7%. Das heißt, nur 5% der Leute, die angefragt werden, würden sie uns ihre Meinung zu diesem Krieg kundtun, antworten überhaupt. Und ich denke, daran kann man ablesen, dass dieses russische Nationalprojekt enorm gelitten hat. Leute begehen ideologische Frauenflucht. Und eben die letzte Frage, warum gehe ich davon aus, dass Putin 2024 nicht mehr antreten wird? Ich glaube, die einzige Chance, dass er nochmal antreten wird, wäre ein strahlender militärischer Sieg in der Ukraine. Das sehe ich aber nicht bis Ende 2023. Und das wäre die kritische Zeitspanne, in der Putin tatsächlich einen militärischen Erfolg vorweisen können müsste. Was mich noch interessieren würde, Herr Schmidt, eigentlich müsste doch für die Russen, also ich sage, die, die Informationen bekommen haben, das ist ja wohl schwierig, weil eben das Fernsehen eben halt nicht so offen ist wie bei uns und so weiter, müsste doch diese Tatsache, dass relativ bald Schweden und Finnland gesagt haben, wir wollen in die NATO, das ist ja noch nicht ganz vollzogen, aber zumindest ist es klar, da müsste doch eigentlich für viele Russen, stelle ich mir so vor, der Punkt kommen sein wie, also in der Ukraine, da will der Putin nicht, dass die NATO da steht und jetzt haben wir innerhalb von ein paar Wochen noch eine tausend Kilometer längere Grenze zur NATO, das ist doch, ich sage mal, für jeden normal oder entspannt denken, Russen muss da sein, komisch, das verstehe ich jetzt nicht, jetzt haben wir dann viel längere Grenze mit der NATO. Ja, es gibt da auch interessante soziale Werbung in Russland, die von der Regierung zum Beispiel in Form von Plakaten an Bushaltestellen geschaltet wurde, als das Thema aufpoppte, also in den Staatsmedien wird das Thema natürlich nicht groß bespielt, genau aus dem Grund, den sie gesagt haben, aber in den sozialen Medien tauchten sofort, eben nachdem Schweden beschlossen hatte, dass es NATO-Mitglied werden will, Zitate von Astrid Lindgren, und von Knut Hamsun auf, die positiv sich über das Hitler-Regime geäußert hatten. Und die Message, die damit ausgesandt wurde, ist die, die offizielle Position des Kremls ist die, wir bekämpfen die ukrainischen Faschisten. Die ukrainischen Faschisten werden von der faschistischen NATO unterstützt. Und dass Schweden und Finnland jetzt auch in die NATO rein wollen, ist eigentlich nur logisch, weil die wichtigsten intellektuellen Größen dieser Nation waren ja auch faschismusfreundlich. Und das ist natürlich absolut perfide. Ich sage aber vielleicht noch etwas zur Information der Leute. Die Leute sind extrem gut informiert. Ganz wichtig, es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, sich mit unabhängigen Informationen zu versorgen. Das erste ist der sogenannte VPN-Kanal. Das heißt, Sie haben eine Installation auf Ihrem Computer, die es Ihnen erlaubt, zu simulieren, dass Sie nicht in Russland sind. Und damit können Sie die Sperre von Facebook und Twitter und so umgehen und auch die Sperre der russischsprachigen Nachrichtendienste von BBC, Deutsche Welle und so weiter. Das andere ist Telegram. Telegram ist ein Nachrichtendienst, den Sie auf Ihrem Handy installieren können. Und dort ist zwar auch mit einem Kanal das russische Staatsfernsehen präsent, aber dort sind eben auch alle unabhängigen russischen Medien präsent. Und Telegram kann nicht gesperrt werden, weil Telegram immer wieder seine eigene Adresse, Internetadresse verändert. Und im Moment sieht diese Versorgungslage bezüglich unabhängiger Informationen in Russland so aus, wenn man sich keine Mühe gibt, dann konsumiert man das Staatsfernsehen mit den bekannten Folgen. Und wenn man aber aktiv wird und aktiv nach Informationen sucht, dann kommt man ohne weiteres zu diesen Informationen. Was ich fragen wollte ist, der Kyrill, eine meines Wissens Milliardär, unterstützt mit dem Krieg, dann sieht man Putin noch bei Ostern in der orthodoxen Kirche, warum schiebt die orthodoxe Kirche keinen Riegel vor, und Putin kreuzigt sich, warum sieht man noch russische Soldaten in der orthodoxen Kirche für ihre verstorbenen und verwundeten Kameraden eigentlich bin. Das wäre eigentlich meine Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen, um die Rolle von Patriarch Kirill zu erklären. Es gibt in der Nähe von Moskau mittlerweile einen gigantischen Tempel der russischen Streitkräfte, also eine Kathedrale der russischen Streitkräfte und der Kreml hat immer den Schulterschluss mit der russischen orthodoxen Kirche gesucht. Warum? Weil es sich bei Russland eigentlich um eine republikanische Demokratie handelt, auf dem Papier, auf der Verfassung, aber es ist auch dem Kreml klar, dass das nur eine Fassade ist. Und wenn eine Regierung nicht demokratisch legitimiert ist, muss sie ihre Legitimation woanders holen. Und wir wissen aus unserer eigenen abendländischen Geschichte nicht, dass die klassische politische Legitimation einer Regierung die Kirche ist, die Religion, letztlich Gott. Und das ist gewissermaßen ein archaisches politisches Legitimationsmodell, zu dem Putin und der Kreml Zuflucht suchen. Und Patriarch Kirill stammt ja selber aus dem sowjetischen Geheimdienst. Da gibt es durchaus auch enge Berührungspunkte. Und ihre letzte Frage lautete ja, warum distanzieren sich denn die Priester nicht von Kirill? In Russland haben das bisher wenige gemacht, eben aus denselben Gründen, warum die Proteste verschwunden sind. Die Leute sind eingeschüchtert und haben zu Recht Angst. Aber wir sehen schon eine ganz bedeutende Entwicklung in der Ukraine. Sie wissen ja, dass es in der Ukraine zwei orthodoxe Kirchen gibt, die Moskau-Treue ursprünglich und die Kiew-Treue Orthodoxie. Und die Moskau-treuen orthodoxen Priester in der Ukraine haben nach Kriegsbeginn am 24. Februar aufgehört, den Patriachen Kirill in ihre Fürbitte einzuschliessen, was ein extrem starkes Signal ist. Und was wir im Moment sehen, ist ein Spaltungsprozess innerhalb des Moskauer Patriarchats, dass sich nämlich die ukrainischen Gemeinden, die ursprünglich dem Moskauer Patriarchat unterstellt sind, sich abspalten von Moskauer Patriarchat. Das heißt noch nicht, dass sie sich vereinigen werden mit der ukrainischen orthodoxen Kirche, aber im Moment ist da tatsächlich ein Schlussstrich gezogen. Wir haben eine Frage aus dem Chat, verbunden mit einem Dank für Ihren interessanten Vortrag. Die Frage ist, wie sehen Sie die zukünftige Rolle von Alexej Nawalny? Auch eine gute Frage. Ich denke, man muss es so formulieren, Alexej Nawalny hat ja, als er im Januar zurückgekehrt ist nach Russland seine eigene Rolle komplett überschätzt. Er ist damals zurückgekehrt, hat gleichzeitig ein Video über die Korruption von Putin persönlich veröffentlicht und er ist davon ausgegangen, eben er wusste, dass er verhaftet wird, aber er ist davon ausgegangen, dass seine Verhaftung in Verbindung mit diesem Antikorruptionsvideo, das sich gegen Putin persönlich richtig richtig ist, übrigens auch 150 Millionen mal angeklickt wurde, dass das gewissermassen eben zu einem Protest der Strasse führen würde, die ein Regime Change herbeiführen würde. Wie wir wissen, ist das nicht passiert und ich weiss auch nicht, ob Nawalny auch in einem optimistischen Zukunftsszenario eine politische Rolle spielen wird. Wenn man auch unabhängigen Meinungsumfragen glauben will, lag Nawalny's Popularität bei 2 Prozent bevor er verhaftet wurde. Nach seiner Verhaftung stieg das kurz auf 4 Prozent und ist jetzt wieder auf 2 Prozent gesunken. Nawalny ist komplett in der Versenkung verschwunden. Manchmal gelingt es seinen Anwälten eben einen kurzen Facebook-Eintrag aus Nawalnys Feder zu posten, aber grundsätzlich denke ich, dass Nawalny im Moment in der politischen Öffentlichkeit in Russland keine Rolle spielt und möglicherweise auch auf absehbare Zeit nicht spielen wird. Die Ukraine strebt ja jetzt schon seit längerem und auch sehr nachdrücklich eine viel engere Verbindung mit Europa an und auch mit der NATO an. Eine entscheidende Frage ist ja, wie hat sich das Land in den letzten Jahren selbst verändert? Es war ja, oder ist vielleicht noch, an vorletzter Stelle hinter Russland gestanden auf dem Korruptionsindex in Europa und war ja ausgesprochen problematisch in der inneren politischen Struktur in den Machtverhältnissen egal welche Messlatte man anlegt. Jetzt hat man den Eindruck, dass sich das Land auf den Weg gemacht hat. Was ist Ihre Einschätzung oder was ist passiert inzwischen? Ja, also zunächst mal muss man ja sagen, Selensky ist 2019 ins Präsidentenamt gewählt worden, nicht also mit einem überwältigenden Wahlergebnis, 70 Prozent, aber diese 70 Prozent galten nicht ihm persönlich, sondern diese 70 Prozent waren einfach ein Nein-Votum gegen alle anderen politischen Eliten. Und Selensky konnte auf seine Popularität aus dem Fernsehen bauen und es ist dann passiert, was passieren musste. Oder innerhalb weniger Monate ist seine Popularität stark abgesungen. Ich weiß nicht, wo wir heute stehen würden ohne Russlands Angriff Februar 2024. Ich weiß nicht, ob Selensky überhaupt noch die Fäden in der Hand halten könnte. Was man sagen kann, ist, dass in den letzten Jahren tatsächlich erhebliche Anstrengungen gemacht wurden, um die Korruption zu bekämpfen. Allerdings ist das Ganze oft ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Man hat ein höchstes Antikorruptionsgericht eingerichtet, das dann auch unter Beizug von internationaler Expertise eingerichtet wurde. Aber dieses Antikorruptionsgericht hat im vergangenen Jahr 15 Fälle erledigt. Da sieht man nicht, wie das guter Wille zwar da ist, aber man ist noch weit davon entfernt, effiziente Strukturen zu haben. Viele ukrainische Politiker sagen selber, die Achillesferse wenn es um Korruption in der Ukraine geht, ist das schwache Justizsystem. Die Richter sind nicht wirklich unabhängig, sie sind unter Druck von einflussreichen Oligarchen oder Lobbygruppen. Es steht jetzt zu hoffen, dass mit der Eröffnung dieses EU-Mitgliedsverfahren in diesen einzelnen Kapiteln Fortschritte erzielt werden. Aber auch hier sollten wir nicht irgendwelche Wunder erwarten. Wir standen in einer ähnlichen Situation, als Bulgarien und Rumänien ohnehin verspätet aufgenommen wurden. Nicht 2004 mit dem Big Ben der EU-Osterweiterung, sondern erst drei Jahre später, 2007. Und auch da gab es viele Stimmen, die gesagt haben, eigentlich sind Bulgarien und Rumänien noch nicht bereit. Herr Professor, im Jahre 1993 auf der Halbinsel Krim statt, ein Referendum statt, es wurde der erste sozusagen Präsident der Autonomen Republik Krim gewählt. Es gab zwei Kandidaten und der Universitätsprofessor Juri Mischkow hat gewonnen mit ca. 77, 78 Prozent der Bevölkerung haben ihm die Stimme gegeben. Kurze Zeit später, im nächsten Jahr, also 1994, wurde er bei einer Nacht- und Nebelaktion verhaftet und deportiert. Wie kommentieren Sie diese Situation? Ich kenne jetzt den Fall von Mischkow nicht im Detail, aber ich glaube, der Fall der Krim in den 90er Jahren ist hoch interessant. Die Ukraine hat lange gerungen mit einer eigenen Verfassung und diese Verfassung ist ja erst 1996 in Kraft getreten und der wichtigste Gründ für diese Verzögerung war das Aushandeln des Status der Krim. Heute ist es verfassungsmäßig so, dass die ukrainische Verfassung sagt, die Ukraine ist ein Einheitsstaat und dort sollen die Prinzipien der Zentralisierung und Dezentralisierung sich gegenseitig die Waage halten. Und gleichzeitig hat die autonome Republik Krim ein eigenes Kapitel in dieser Verfassung. Und ich glaube, eben dieser Sonderstatus der autonomen Republik Krim ist wahrscheinlich der wichtigste politische Erfolg der Ukraine der 90er Jahre nicht, dass es gelungen ist, die autonome Republik Krim aufzunehmen in eben dieses schwierige Verfassungskonstrukt der Ukraine. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Wir haben jetzt auch lange, lange diskutiert. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Professor Ulrich Schmidt für diesen profunden Vortrag und für die vielen Fragen. Sie heute Abend beantwortet haben. Ich finde, man merkt den Unterschied einfach von einer Talkshow, wo es darum geht, einfach schnell Statements gegeneinander zu setzen, wenn man einfach auch ein bisschen Zeit hat, Gedankengänge auszufächern, auszufalten. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir Sie bei nächster Gelegenheit mal wieder einladen können. Das Thema wird bleiben. Ja, dem Publikum auch noch ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, auch für die Online-Zuschauer. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich so beteiligt haben. Vielen Dank.